Das Metronom Das Metronom ist ursprünglich ein mechanischer Taktgeber, der es ermöglicht, das Zeitmaß eines Musikstückes zu bestimmen. Seinen Ursprung hat es im Jahr 1816, als der deutsche Instrumentenbauer Johann Nepomuk Melzel sich seine Konstruktion des Metronoms patentieren ließ, welche auf vorherigen Erfindungen beruhte. Im Inneren des mechanischen Metronoms befindet sich ein Uhrwerk, welches sich mittels einer Spiralfeder aufziehen lässt. Dieses Uhrwerk treibt ein stehendes Pendel an. Hier befindet sich ein Gewicht, welches sich beliebig verschieben lässt. Auf dem Stab wurden Markierungen in Form von Kerben angefertigt, um das Gewicht korrekt justieren zu können. Je nach Stellung des Gewichts ergeben sich unterschiedliche Pendelschläge. Auf der Skala des Pendelstabes befinden sich unterschiedliche Tempobezeichnungen. Das Zeitmaß wird mittels eines Notenwertes und einer Zahl angegeben, welche von dem Komponisten oder dem Verlag festgelegt werden. Erstmalig findet sich diese Angabe bei Beethovens Hammerklaviersonate Op. 106. Heute gibt es neben den mechanischen Metronomen auch elektronische, welche durch ihre geringe Größe Vorteile in der mobilen Anwendung besitzen. Außerdem haben diese im Regelfall einen Anschluss für Kopfhörer, so dass es zum Beispiel während einer akustischen Aufnahme möglich ist, nach dem Metronom zu spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017